Hi Leute, ich freue mich total drauf und zwar darf ich euch heute mitteilen, dass es jetzt einen extra Mitgliederbereich auf der Homepage gibt und zwar wenn ihr einfach unter Community auf IOMinsight klickt, dann könnt ihr euch dort in die Mitgliedschaft einschreiben und das Besondere daran ist eben, ich freue mich jetzt total drauf, weil ich habe das Ganze jetzt immer schon auf Patreon gemacht, das Ganze werde ich eben jetzt eine Plattform umlagern und ich freue mich auch drauf, wenn da jetzt immer mehr Leute reinkommen, also gehe da am besten gleich rein, weil, ja, es ist für mich einfach ein Ort und Raum, wo wir nochmal als Gemeinschaft einfach die Leute, die sich da wirklich mehr mit befassen, mit diesen ganzen Themen, die da schon mehr Hintergrund wissen und vor allem die Erfahrung haben, dass ich da ganz offen reden kann und das ist eben ein Raum, wo ich ganz offen reden kann. Auf YouTube, da schaue ich schon, was und wie ich es genau sage, ich meine, da kann jeder ein Video anschauen, der hat keinerlei Hintergründe von Ernährung, von Entgiftung oder sonstigen Sachen, nur als Beispiel oder vom Mindset, von spirituellen Hintergründen her und dort überlege ich ganz genau, wie ich was in einem Video formuliere und da, ja, nehme ich einfach, muss ich nicht so ein Blatt vor den Mund nehmen, ihr habt alle ein gewisses Hintergrundwissen, ich kann da mal ganz offen über gewisse Sachen reden und das möchte ich auch machen, ich merke, wie mir das fehlt, gerade dieser enge Kontakt, wo man sich mal detaillierter austauschen kann, detailliertere Videos machen kann und, ja, das einfach ganz klein Mitgliederbeitrag, monatlich kommen da die Videos hoch und, ja, mal schauen, wie viel es dann immer monatlich werden, monatlich definitiv, genau, aber ich merke auch, wie mir das selber fehlt, da wirklich das so ganz offen raushauen zu können und da denke ich, möchte ich mir den Raum schaffen, weil das auf YouTube, das möchte ich mehr für die breite Masse noch halten, möchte da mehr Menschen erreichen und wenn sie sich dann detaillierter damit beschäftigen, dann können wir das eben gemeinsam, ja, in der Community, ihrem Insight machen oder sonst wo, komm zu Treffen eben hin, komm zu Potlucks, verbinde dich mit den ganzen Leuten, ich freue mich so drauf, wenn sich immer mehr Verbindung da in der Rohkostszene oder in einer alternativen Szene schafft, dass das auch in den Mainstream gebracht wird. Das klingt für manche vielleicht oft, ja, sehr schrecklich, aber dieses Bewusstsein sollte in die breite Masse langsam mal gelangen und, ja, das ist das, wo ich dran arbeiten möchte, wo ich die Offenheit mit solchen Videos, mit all diesen Mitteln, hat man die Möglichkeit dazu wirklich die ganze Welt, ich spreche hier in eine Kamera und kann die ganze Welt erreichen und das ist das Wunderschöne. Und, ja, also, wenn du detailliertere, ganz offene, klare Infos möchtest zu gewissen Themen, dann geh dort in die Community, in den Mitgliederbereich mit rein, schreib dich da ein und, ja, ich freue mich auf dich, stell dort ganz offen deine Fragen, ich gehe da drauf ein und, ja, ansonsten mach's gut und dann freue ich mich dort, dich wieder zu sehen, hoffentlich und mach's gut. Ciao! Ciao! Ciao!